Vor langer, langer Zeit, weit von hier entfernt, erzählte man sich von Kapitän Schwarzbart und seinen Abenteuern. Ich bin der König der Piraten. Eines Tages hörte er Gerüchte über ein Seeungeheuer und einer wilden Piratenbande, die ihr Unwesen treiben soll. Er stellte eine Mannschaft zusammen und stach in See. Wer möchte auf meinem Schiff anholen? Du vielleicht. Ihr wollt mitfahren? Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Na dann aber schnell an Bord! Und begleitet Kapitän Schwarzbart und seine Mannschaft auf einer spannenden Reise und erlebt eines ihrer größten Abenteuer. Entfach den Geist der Meere!